Es ist für mich natürlich total lustig, wo ich als Mädchen selber immer hier hingefahren bin und shoppen gegangen bin, jetzt wirklich die Kampagne für das Zentrum zu machen. Von daher freue ich mich immer wieder hier in Oberhausen sein zu dürfen. Ja, wir haben für die Kampagne des Zentrums ein ganz cooles Shooting gehabt. Also es war jetzt nicht normal von einer weißen Wand, sondern ich saß auf einem Gerüst, weil letztendlich dieses Riesenplakat auch an einem Gasometer hängen wird. Und deswegen muss natürlich die Kulisse dann beim Fotoshooting auch dementsprechend sein. Und dann lag ich mal, dann saß ich mal und dann wird es am Ende einfach so aussehen, als wenn ich gerade so runterhüpfen würde. Und ich glaube, das wird ganz, ganz cool, vor allen Dingen auf so einer riesigen Fläche sehen zu können. Das Zentrum ist natürlich jetzt schon riesengroß, ja, also man hat eine supergroße Auswahl und es wird noch größer. Wir kriegen nochmal 17.000 Quadratmeter drauf, das heißt noch mehr Shoppingparadies für die Ladies. Move on, move on. Move on, move on. Move on, move on. Move on, move on. Move on, move on.